Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie uralt das ist, das ist ja wirklich alles in Ordnung. Hier kommt die Büchse rein, wo ich eben nicht wusste. Die kaputt gemacht das jetzt. Ja, ja. Cool. Au, 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 au. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag zu eurem neuen YouTube-Video bei der Firma Hot Deep. Herzlich willkommen, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ja. Tja, doch, ich freue mich eigentlich riesig, nicht weil das alte Fahrwerk schlecht ist. Also es geht heute um das Thema hier, Golf 2. Wir werden einen neuen Performance-Schritt machen und zwar einen weiteren Schritt machen. Ähm, wir werden jetzt das alte KW-Variante 1 ausbauen, was wirklich uralt ist. Wir werden uns das mal anschauen und mal den Zustand auch prüfen nach, boah, bestimmt 10 Jahre ist das drin. Locker 10 Jahre ist das Fahrwerk schon drin, gehe ich mal von aus. Da sieht man mal, was für ein Qualitätszustand das da ist. Ähm, wir haben es ausgebaut, weil wir uns für eine weitere Variante entschieden haben. Wir machen momentan sehr, sehr viel mit Bildstein zusammen. Habt ihr ja auch schon dieses Jahr gesehen. Und, ähm, dann kam halt die Diskussion auf, sollen wir nicht am Golf 2 was machen, ne? Sollen wir uns da nicht mal wegen dem Fahrwerk zusammensetzen? Und ich muss sagen, wir fahren Bildstein auch, äh, gerade Thema Luftfahrwerke, fahren wir schon ewig, haben wir damals im Golf 7 R gefahren. Im, ähm, lass mich mal überlegen, im RS5 fahren wir es jetzt, im Golf 4 haben wir es. Also Thema Luft sind wir mit Bildstein immer schon verheiratet oder sehr stark verheiratet gewesen. Ähm, Thema Gewindefahrwerk, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass mein allererstes Bildstein Gewindefahrwerk, weil ich fahre, noch nie eins gehabt, in dem Fall, äh, da muss man auch wirklich Dank an Bildstein sagen, ähm, dass sie uns so stark unterstützen. Wir haben jetzt ein B16 hier, also wirklich schon, ähm, das, ich sag mal so, das High-End-Fahrwerk für jetzt, für den Golf 2, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr, aber das ist jetzt erst mal für den nächsten Schritt auf jeden Fall der richtige Weg. Ihr könnt hier schon sehen, ich glaub, ich hab das schon mal vorbereitet, natürlich ist das auch verstellbar und zwar mit neun Klicks. So, hier, hier seht ihr, wir sind jetzt hier vorne, haben wir unseren Verstellbereich, hier sind wir quasi Anfang, hier geht's auch so los, wir sind jetzt grad auf komplett hart und durch, ich weiß nicht, ob man das hört, dadurch können wir quasi das komplette Fahrwerk einmal verstellen. Das können wir, was halt richtig gut ist, das können wir auch im eingebauten Zustand machen, das heißt, wir müssen das Fahrwerk dafür nicht ausbauen, sondern wir können das jetzt hier in dem Fall an der Vorderachse, von unten können wir die Klicks verstellen und, ähm, an der Hinterachse, wir haben es hier schon ausgebaut, weil wir das ja natürlich, ne, wir müssen ja in die Dome dran kommen, werden die einfach wieder oben drauf gesetzt und können dann hier oben, das kann ich auch mal zeigen, in dem Fall bei uns natürlich kein Problem. Da können wir jetzt da oben, wo das Dom ist, da sieht man's ja, dort können wir dann das Fahrwerk, ähm, jetzt auch im eingebauten Zustand, für uns natürlich perfekt, einmal, ja, einstellen, so wie wir's brauchen, das heißt, man kann sich auch, also um Klick für Klick einfach auch ein bisschen an die Strecken dran passen, das ist natürlich für uns super geil. Das, was wichtig ist, dass das Fahrwerk am Anfang richtig eingestellt ist, das heißt, wir haben jetzt hier momentan eine vorgegebene Höhe, ich hab's mir hier schon mal aufgemacht, von der Vorderachse von, ähm, zwischen 190 und 205 Millimeter muss das eingestellt sein, das haben wir schon nachgemessen, das ist auch Gott's Dank alles schon voreingestellt, ähm, bezüglich, normalerweise sagen wir mal, wie tief geht so ein Ding, da sieht alles sehr, sehr wirklich stämmig aus, wir bauen mal gleich das KW aus, legen das mal daneben, wir werden eventuell auch den 2 Zentimeter, 1,5 Zentimeter höher kommen, als das, was wir vorher waren, wir gucken uns das an, wir werden das alles erfahren, und, äh, wir sind jetzt am Samstag, also das werdet ihr in dem Video noch nicht sehen, werden wir auch in Mendig auf der Rennstrecke sein, das erste Mal testen, und so wie es aussieht, werden wir auch in Sparfranco schon mal fahren gehen, bevor es dann tatsächlich das erste Mal auf den Nürnbergring geht, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an, das Fahrwerk auszubauen. Achso, noch eine Sache noch dazu, ihr seht das hier, ähm, die, äh, die haben sich hier diese, die, Puffer wollte ich grad schon sagen, Alter, die Querlenker haben sich verabschiedet. Wir hatten ganz, ganz stark schlagendes Geräusch bei uns an der Vorderachse, und, äh, jetzt haben wir einfach alle beide neu bestellt, wir haben gesagt, wir haben es einmal frisch, das Fahrwerk fliegt eh raus, das heißt, wir sind eh an der Stelle da dran, ich bin doch mal gespannt, ob ich mit Sven, äh, wie lustig das wird, naja, ja, morgen auseinander. Hallo. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Und jetzt fühlen wir hier auch, warum wir dieses Spiel davon haben, hier haben wir nämlich gar kein Problem. Ja. Und da haben wir das mit Sägezahn, weil, ähm, wir vorne sehr viel Spiegel jetzt hatten, weil sich das einmal vorne verabschiedet hat, der Querlenker, also die Fuchs ist, äh, am Arsch. Na, geht's ja jetzt. Jetzt weiß ich, wo die, wo die Büchse hinkommen. Hier kommt die Büchse rein, wo ich eben nicht wusste. Die kaputt gemacht hat das jetzt? Ja, ja. Gut. Aber wir haben eine neue. Wir haben eine, ist okay. Guck die Kütte. Die Kütte war theoretisch. Oh nein. Der hier drin so. Zack. Äh, ist das eine Führungsbuchse einfach, oder? Weiß. So weit bin ich schon nicht, mit meiner Erkenntnis. Gut, aber du besprochen hast, oder? Wir haben es unten links, in der leften Seite, yes, da ist es. Aber auf der leften Seite, unten in der Kiste, ist einer der Blue Hammers. Blue, blue, blue. Au, 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 au. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wie uralt das ist, das ist ja wirklich alles in Ordnung. Also, du kannst ja, gut, der ist natürlich auch, darf man auch wieder nicht vergessen, ne. Der ist natürlich kein Winter benutzt worden, der Wagen früher, ne, wo die das eingebaut haben. Der stand ja vier Jahrhunderte in der Garage. Also das Fahrwerk wirklich genutzt worden, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es nur von mir. Ein bisschen dreckig, einmal ein bisschen sauber machen und dann Abfahrt, ne. Da sind gewissen Stellen früher, ne. Siehst du hier ein paar Schleifspuren, dass der Wagen früher halt auch relativ eng dann teilweise auch mit den Felgen gefahren und Felgendimensionen. Das haben wir jetzt gar nicht das Problem, dadurch, dass wir auf der Strecke fahren. Es kann aber trotzdem sein, und das müssen wir nochmal gucken, wenn die Spurplatten gleich dran haben, dass wir auf der Rennstrecke, wenn der Reifen gewisse Bewegungen hat, weißt du, ja, dass die Flanken eventuell reinkommen. Das kann schon sein, ne. Das ist mal passiert. Aber jetzt mal ohne Scheiß, guck mal für das Alter, ne. Die Puffer hier, die müssten mal neu gemacht werden. Also im Endeffekt, finde ich, das ist immer alles akzeptabel für so ein altes Ding. Theoretisch einfach in der Radebohle und dann Ersatz. Wenn ich jetzt einen Golf 2 hätte, bevor ich mir ein teures oder auch irgendein Bilofahrwerk da reinknallen würde, würde ich mir das für ein paar hundert Euro holen. Ich werde das wahrscheinlich nicht verkaufen, ne. Und dann Abfahrt. Jetzt gucken wir mal, wie tief der geht. Alter, bei hinten ist der richtig bummshoch jetzt, ne. Die Hand hat sich angezogen. Man, chillen sich in den Hicken. Ja, jetzt ist der aber richtig runtergegangen, Sven. Kilometer meine ich, oder? Alter Bruder. Vorne ist der perfekt? Ja. Aber Digga, hinten ist der ja... Da geht noch was. Und das soll... Das soll die eingetragbare Höhe sein? Die mindeste sogar. Ah, krass, okay. Also weiß ich nicht, da sehe ich mich auf jeden Fall nicht gerade. Alter. Da fühl ich mich nicht. Alter. Keine vorne. Ja, guck dir das mal an. Das ist ja sehr hoch. Nee, Digga, das ist zu hoch. Vorne ist das gut. Vorne ist das gut. Ja, das ist nicht. Ja. Wir machen jetzt gleich erstmal eine Probe. Runtergedreht ist sehr schnell. Das stimmt. Ja, ja, der Fehler tut der. Ja, krass, ne? Das ist ja zu leicht. Welche Stufe ist das jetzt? Das war weich? Ja, das war weich. Jetzt mache ich mal volle Brülle Haar. Alter. Jo, krass. Guck mal, nochmal ganz weich. Okay, das ist aber eine brutale Veränderung. Alter. Da kann ich ja sagen, Alter, wenn ich schlappe. Das ist viel. Das ist echt. Alter, muss auf jeden Fall noch runter. Alter, geht gar nicht. Ist egal. Ich brauche uns etwa Schweine. Alter, da geht gar nichts vor, ne? Ist ja noch irgendwo drauf. Da geht überhaupt nichts. Oder? Ach ja. Schon ein bisschen, aber... Ja. Das müsste man jetzt halt mal testen, wie du hast gesehen. Also... Ja. Und vorne hat der ja viel mehr... Aber der ist halt hinten brutal hoch, ne? Ja. Vorher hat der halt viel mehr zu federnde Maske. Dafür weiß ich nicht. Worauf standen die denn eben? Auf 1,1. Alles auf 1. Alles auf 1. Alles auf 1. Wenn der dir vorne zu sehr titscht. Mhm. Aber du musst ja jetzt mal gucken, wenn du so einen Köppel wirst, das geht gut. Ja, ja. Dann lass ihn auf 1. Ja, aber ich muss den hinten runter schrauben. Müssen wir gleich nochmal hoch machen. Das heißt, guck mal. Das ist ja viel zu viel, Digga. Können für den Rest gewinnen wir auch noch haben. Geil. Ja, machen wir. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Und dann gucken wir mal, wie sich das alles fährt. Glauben wir mal. Fest. Erste Bewegung hier. Wie sich das anfühlt. Also was wir jetzt gemacht haben, das habt ihr ja schon gesehen. Wir haben jetzt erstmal definitiv auch die härtesten Stufe eingestellt. Also das ist jetzt alles auf Vollgas. Vorne, hinten auch gleich. Vorne, hinten gleich. Alles gut verharrt. Und ich muss jetzt schon sagen, also das ist natürlich deutlich härter als vorher. Deutlich härter. Guck mal hier, wenn du überhaupt Pulli-Deckel fährst. Aber wir machen auch gleich mal einen Test. Und zwar fahren wir gleich hinten auf die Autobahn und fahren daher nochmal zurück. Aber das ist jetzt nicht dieses. Du merkst, das Federbein hat immer noch mehr als ausreichende Bewegung. Also das ist absolut im Rahmen. Absolut. Weil ich ja so ein bisschen Angst hatte. Auch gerade, wo wir hinten mal gefedert haben, dass der halt so. Ja. Dass das so eine Nummer wird. Ja, richtig. Das was halt immer noch nervig ist, ist der Sitz. Und diese Führung, die muss gemacht werden. Die nervt mich halt kolossal gerade. Das ist ja komplett ärgerlich. Aber was man direkt merkt. Mega, mega, mega präzise jetzt hier. Liegt natürlich auch dran, dass jetzt vorne auch alle Lager neu sind. Das tun natürlich auch nochmal seine Trecken dazu. Ich war jetzt gerade bei 2, irgendwie 2,2, 2,3 bar. Das geht auch. Aber ich merke es ja halt. Also ich glaube, dass auf der Rennstrecke... Das wird schon richtig gut. Wir fahren jetzt mal tanken. Dann gucken wir mal, wie sich das Fahrwerk verhält, wenn wir bei etwas höheren Geschwindigkeiten sind. Aber jetzt gerade, das ist ja... Guck mal. Das ist ja auch voll entspannt. Ja. Wir holen gerade. Also... Ja, das jetzt nicht. Also du merkst schon, dass es deutlich härter ist. Aber ich finde es ultra entspannt. Das ist hart, aber es ist ungedämpft. Genau. Es nimmt halt... Also du merkst halt, es nimmt halt die Straße auf. Aber ich bin echt gespannt, wie ich das auf dem Ring fahren würde. Und scheiße, ich habe so Bock. Alter, jetzt direkt straight on zum Nürburgring zu fahren. Ein paar Sekunden später. Ist ja nicht mehr, ne? Aber es ist so klangmäßig. Es ist einfach nicht mehr. Geil, ne? Also... Krass! Du kannst langsam kochen, langsam. Temperaturen die Leiten rein. Oh, die hier sind so voll entspannt. Alter, das ist mega, ne? Also Fazit. Vollkommen alltagstauglich, finde ich. Vollkommen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf der Nordscheife fahren wird. Ich würde auch... Also momentan von Gefühl her nichts am Härtegrad vorstellen. Ich finde, das ist absolut, absolut ausreichend, absolut perfekt. Es gibt noch eine Möglichkeit, irgendwann auf andere Fehler zu gehen. Auf noch etwas härteren Fehler zu gehen. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre. Denn du hast natürlich jetzt keine Möglichkeit noch härter zu gehen, ne? Richtig. Das heißt, da ist jetzt gerade so das Level... Also diese Einstellungsmöglichkeit. Du kannst jetzt nur weicher gehen. Das heißt, wenn wir irgendwann das Thema zum Beispiel im Regen fährst, dann könntest du sagen, okay, ich mach den jetzt vielleicht zwei, drei Klicks weicher. Aber da ist das Limit noch nicht so richtig drin. Das heißt, vielleicht wäre es sogar ganz gut. Ein zick härtere Feder. Ja. Den dann dafür aber ein bisschen weicher stellen, dass du dann noch ein bisschen mehr feinjustieren kannst. Weil jetzt sind wir halt hier gerade, was das Thema Härte angeht, maximal am Limit. Und dann droht er dann nicht zurückzuführen. Das sieht man dann, ne? Okay. Das ist das, was man austesten kann einfach. Und das ist das Tolle an diesen ganzen Projekten, dass du wie an so einem Golf 2 dich halt rantasten kannst. Wir haben jetzt vorher das Variante 1 gehabt, was sehr alt war, was ja über zehn Jahre alt war. Im Vergleich jetzt zu einem nagelneuen Bielstein B16 Fahrwerk, was natürlich auch eine ganz, ganz andere Aufgabe hat, ne? Viel modernere Dämpfertechnologie. Das ist halt alles, alles auch im neuesten Standard. Auch gerade das hier, auch gerade so Thema Neutschleife, ist das auch, muss man schon sagen, auch für die Neutschleife gemacht, ne? Also die ganzen Erfahrungswerte kommen auch von der Neutschleife. Das ist schon höchst interessant. Und so kann man sich halt Stück für Stück ran arbeiten, ne? Also ich bin unfassbar zufrieden. Wirklich unfassbar zufrieden. Ich freue mich tierisch auf die Neutschleife. Und da werden wir genau sehen, okay, wie wird das Fahrwerk sich genau verhalten. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal.